Guten Tag! Moin! Sag mal Moin oder hier sag mal Moin! Eifenplaten! Gestellte Videos! Wir fahren gleich mit dem Ding da. Mr. Helgoland. Dann melden wir uns gleich wieder. Tschüss! Das war im ersten Jahr, wo ich das mit meinem Klamotten technisch so hinbekommen habe, dass ich nicht gestorben habe. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ja, bis auf zweimal, glaube ich. Ja, gut vorbereitet. Aber das Gute ist, ich habe mir nicht gemerkt, was ich angehabt habe. Es kann losgehen. Ramona möchte nicht mit auf dem Bild sein, ist aber auch dabei. Wochen runterfahren 11.0. Wir fahren ein bisschen langsamer als sonst, weil der Kapitän hat gesagt, der Motor ist schon halb kaputt. Egal, ob es auch viel kommt an. Ja. 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 Ja.